Es gibt einen krassen Bug in Minecraft, den viele von euch bestimmt nicht kennen. Und wenn ihr diesen macht, sieht es ein bisschen aus, als würdet ihr cheaten. Und ich zeige euch genau, wie er funktioniert. Sagen wir mal, ihr fallt irgendwo runter und wenn ihr aufkommt, wisst ihr ganz genau, das war's mit euch. Aber mit diesem Bug könnt ihr einfach in der Luft stehen bleiben. Und ja, in Survival. Und während ihr in der Luft seid, könnt ihr einfach einen Kumpel fragen, ob er Wasser unter euch platzieren kann. Oder zum Beispiel in einer Runde Bad Wars. Ihr springt runter, macht den Bug und tada, ihr bleibt mitten in der Luft stecken. Doch zwei der Nachteile sind, ihr könnt währenddessen angegriffen werden und werdet wahrscheinlich gebannt, wenn das jemand sieht. Aber jetzt zeige ich euch, wie ihr das macht. Dafür müsst ihr nur die Java-Edition im Fenstermodus spielen. Und sobald ihr irgendwo runterfallt, drückt ihr einfach Escape und rechtsklickt da oben auf die Leiste. Und schon bleibt ihr mitten in der Luft stehen. Ach ja, und wir sind kurz vor den 100.000 auf YouTube.